Angela, wie richte ich meinen Wimpern-Salon ein? Ich will Lash-Stylistin werden, habe meinen Kurs fertig und jetzt will ich mein Studio einrichten. Was muss ich beachten? Eine der vielen Fragen, die mich über Social Media erreichen. Und deswegen gebe ich dir heute wertvolle Tipps, wie du an deinem Wimpern-Studio arbeitest und vor allen Dingen, was du bei der Einrichtung beachten solltest. Bleib erst dran, komm mit! 1, 2, 3! Cool! Wimpern-Salon ist eine der Lieblingsarbeiten von mir selbst. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Behandlung, mit der du viel Multiplikatoren finden kannst. Durch so eine Wimpern-Behandlung, da hast du wirklich viele Ansatzpunkte weiter an Upsell zu generieren. Lass uns mal deswegen genau an die Einrichtung kommen. Bei einer Wimpern-Behandlung ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine super Position hast. Also einen Stuhl, auf dem du gut sitzen kannst, denn du sitzt wirklich, ja, wenn du das den ganzen Tag machst, den ganzen Tag. Aber noch viel wichtiger ist, für ein gutes Ergebnis musst du eine gute Liege haben. Also zu Anfang ist es vielleicht für dich ein Kostenfaktor, der dich nur auf so eine glatte und nicht ergonomisch geformte Massage-Liege hier zurückgreifen lässt. Aber ich sage dir eins, die Investition in eine tolle Liege, die du wirklich variabel einstellen kannst und auf deinen Kunden anpassen kannst, ist enorm. Also spar, was das Zeug hält, läsche, was das Zeug hält, damit du bald eine tolle Liege bekommen kannst, denn das ist so wichtig. Stell dir vor, der Auslöser für eine schlechte oder nicht gut gelungene Behandlung ist das Liegen der Kundin. Wenn die nicht bequem liegt und irgendwie am Anfang, wenn du auch sogar noch eine längere Behandlungszeit hast, unbequem liegt, dann fängt die an zu blinzeln und zu zwinkern und ist völlig verkrampft. Deswegen investiere in eine Liege. Tschack! Das Zweite, du solltest unbedingt auf dein Licht achten. Du brauchst unbedingt eine Ringleuchte, die nicht nur so eine kleine Funsel ist. Erstens brauchst du die Ringleuchte, um deine Augen zu schonen. Wichtig, das Licht bei dieser filigranen Juwelierarbeit. Zweitens ist es ganz wichtig, ein tolles Licht zu haben, damit du auch deine Arbeit vernünftig fotografieren kannst, denn nur mit tollen Fotos kommst du heute weiter auf Social Media und Co. Was viele außer Acht lassen bei der Wimpernbehandlung ist die räumliche Anordnung. Hast du die Sonne immer im Rücken, dann wird dir das im Sommer wirklich schwerfallen und dein Kleber wird ständig viel zu schnell hart verrunzen oder vielleicht auch gar nicht anziehen. Also, pass auf, woher die Sonne kommt. Wenn du die Fenster im Rücken haben musst, dann ist es ganz wichtig, dass du wirklich da mit Jalousien arbeitest und das gut abdecken kannst. Vielleicht kannst du hier auch mit einer Thermofolie an den Fenstern arbeiten, das ist ebenfalls auch für die Temperatur ganz wichtig. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der Punkt Nummer 3, den wir hier haben, ist die Temperatur. Deine Räumlichkeit muss wirklich wohl temperiert sein. Schau, dass du also einfach immer eine konstante Temperatur haben kannst. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wirst du sehr viele Schwankungen in der Qualität haben. Der Kleber reagiert doch auf die Temperatur. Deswegen wirklich Obacht an dieser Stelle. Wenn du eine Klimaanlage nutzt, musst du damit rechnen, dass die Luftfeuchtigkeit sehr gering wird. Denn Klimaanlagen entziehen der Luft die Feuchtigkeit und das hat auch wieder ein Ausmaß auf die Wirkung des Klebers. Deswegen musst du dir Tipp Nummer 4, einen Belüfter anschaffen. Also wenn du feuchte Räumlichkeiten hast, was ich für dich nicht hoffe, hast du ein gutes Arbeitsklima für deinen Kleber. Und wenn du keine feuchten Räumlichkeiten hast, dann ist es wirklich wichtig, dass du auch hier mit einem Raumbefeuchter arbeitest. Der ist wirklich ganz günstig auf Amazon zu haben. Dann kannst du mal in die Show Notes gucken. Da lege ich dir den Link rein. Mit dem, bevor ich da arbeite, ich. Und der ist wirklich richtig gut für ein tolles Raumklima. Und damit kannst du stabil arbeiten. Tipp Nummer 5. Ganz, ganz wichtig. Du brauchst einen Thermometer. Das ist auch meistens schon bei der Grundausstattung deiner Materialien dabei. Denn bei einer Raumtemperatur, die immer schwankt, wie ich es eben schon erwähnt habe, hat es immer einen Einfluss auf deinen Kleber und auf deine Arbeitsmaterialien. Aus diesem Grund ist es mega wichtig, dass du wirklich siehst, was du in den Räumlichkeiten für Temperaturen und Luftfeuchtigkeit hast. Schaff also Fakten. In der Kosmetik, egal in welchem Bereich, ist es wirklich mega wichtig, dass du einen Arbeitsplatz hast, der einfach und effektiv zu desinfizieren ist. Gerade in dieser Zeit, wenn du auch vielleicht das ein oder andere Mal Besuch vom Gesundheitsamt bekommst, dann solltest du wirklich schauen, dass du keinen Teppich hast, keine Blumen, die mit Erde ausgestattet sind, denn dort können sich immer Pilze sammeln. Und vor allen Dingen leichte, abwischbare Flächen, auf denen du gut arbeiten kannst und die du nach jeder Kundin wirklich auch desinfizierst. Zur Einrichtung gehört aber auch noch etwas, denn du brauchst einen tollen Arbeitstrolley. Ein Arbeitstrolley, der wirklich in so einer Position ist, dass dein Arm und deine Kundin in einer Linie ist, sodass du keine langen Wege hast von Aufnahme der Wimpern, Eintauchen in den Kleber und Ansätzen an die Kundin. Dass du einen super Arbeitsflow hast, der also nicht wirklich mit sehr vielen Höhenunterschieden zu managen ist und auch total auf deine Augenfähigkeit, auf deine Sehfähigkeit und auf deine Augenbelastung hier Einfluss hat. Deswegen schau wirklich zu, dass du neben dem Stuhl, der Liege, den guten Räumlichkeiten auch noch einen Arbeitstrolley hast, der eine Platte hat, die möglicherweise höhenverstellbar ist. Also, ich hoffe, ich konnte dir bei der groben Einrichtung deiner Wimpernstube ganz gut hier zur Hand gehen und dir wertvolle Tipps geben. Wenn dir das gefallen hat, lass mir ein Abo da, teil das Video und kommentier mal, was du in deinem Studio hier schon hast. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty.